Ja hallo, Thomas. Also ab heute drehe ich mich jeden Tag, nur ein paar Grunddaten einmal. Ich bin 46 Jahre alt als Botendienstfahrer bei der Firma LogX. Servus, Lenz. Ich habe zur Zeit 136,5 Kilo. Und ja, wie ich mich jetzt jeden Tag melden, was ich essen tue. Und wie viel ich mich bewege. Das heißt, ich habe einen Schrittzähler bei mir. Und wenn irgendwer will, kann er natürlich mitmachen. Wenn nicht, einfach nur zuschauen und genießen. Ich hoffe, ich genieße das Ganze auch. Einen schönen Tag noch. Ciao.